hallo meine lieben und herzlich willkommen bei holst und tv sagt euch der opa mario der alte sagt rückrunde gegen schon kam selbst noch nicht so sehen das ist mit wind Was war das denn? Was war das denn? So entdrückt. So weit, so weit runter drückt er, dass sie sehen, obwohl er von der oben kommt. So weit runter drückt. So weit runter drückt. Guck mal hier. Ah, scheiß. Das Mist. Das Mist. Das Mist. Da sagst du's. Okay. Ich meine, war das vorhin auch so schwierig? Okay. Okay. Okay, jetzt mal schön aufpassen, ey. 18. Da mal wieder die 18, ey. Let's go have opted for the eight iron. Didn't quite have the right stuff there. Got to believe the win effect of the golf ball there. Ich schätze mal Bullies, wir wollen diesmal nicht so viele kriegen. Ja. Können wir froh sein, wenn wir keinen Bullies kriegen. Aber schön aufpassen, aber dann. Gucken wir mal, was wir machen können. Okay. Okay. Gut! Ja. Ehh. Ehh. Mh. Ehh! 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 Er springt aber auch gut wieder zurück, wa? 21, er sollte es doch wenigstens bis da drauf schaffen. Runter schafft das auch wieder. Runter schafft das auch wieder. Oh nein, ne? Boah, das ist doch wirklich, ne? Boah, das wäre ja cool. Werk hoch mit. Werk hoch mit gegenwind. Wie sieht das aus wie berghoch? Sieben, zehn. Du hast wirklich das hier raus. Fantastisch. Scheiße. Scheiße. Wir haben es extremer. Vorhin sollte er, glaube ich, so einfach so drüber kommen, aber da hat man die Gegenwind nicht. Colin, wo kommst du denn her? Wo haben sie dich denn ausgebuddelt jetzt? No one likes a plug lie. Just getting out of the bunker is a big deal here. Ja. Nur halt doch nicht schon wieder zum Rand. Bitte doch nicht, dass wir da. Ja. Also. Das hätte nur wie viel war. Ja, sie haben es in dem perfekten Platz hier. Just below the hole. They can be aggressive up the hill. Ja, siehst du den Wind wehen, ne? Oh nein. Ach, da seid doch schnell bei mir zum Erzählen hier. Das ist doch kacke, ey. Meine, meine, meine schönen, meine schönen Reserven. Na warte, na warte. Oh, Wasser auch noch, Wasser, Wasser. Oh, gut. Das sollte den Weg finden. Boah. 21 Kilometer. Das ist ja. Und dieser Schuss hier kommt von rund 130 Yards. Wynn, wir gehen rechts nach links auf dieser Schuss. Hä? Ach, trotzdem noch da, oder was? Wo sind denn die 21 jetzt geblieben? Das verstehe ich ja immer nicht. Das ist mir zu hoch. 21 km h sind für mich 21 km h. Und wenn die durch irgendwas beeinflusst werden von der Seite, weil der Baum bewuchs ist, dann sind es eben keine 21 km h mehr. Nein. Aber dann muss die Reaktion auch anders sein. Aber dann muss die Reaktion auch anders sein. Was ist das? Rollerei. Ach, auch noch. Also, ich bin jetzt ein bisschen, ein bisschen verwirrt, muss ich gleich zu sehen. Ah. Ich bin schön durchatmen. Und dann mal gucken, was hier überhaupt los ist. 19. 19. 19 liegt also bis darüber. Plus noch mehr mit Auswirkungen, mit Ausrollen. Hm. Dann halt den Halt aber auch an. Ja, ja. Mach mich mal nicht schwach. Oh, danke, danke, danke. Ach, danke. Das war mein Kappstein. Na. Oh. Und wenn du hier schwächelst, nutzen die die Chance sofort aus und machen dich platt. So, wieso zur Seite? In der Richtung habe ich überhaupt nicht mit mir gerechnet. Hoch oder runter mehr, so. Ja, aber nicht links oder rechts. So toll. Was ist denn los? Elf. Elf Meter. So, wir haben... Kein Ganzen. Hier ist Ganzer. So, und dann so. Was macht das denn? Ach, ist das scheiße, ey. Boah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020